Als allerletzten Song bringt man als Sing mein Song All Stars das Lied Kommst du mit nach Afrika? Beziehungsweise auf der Vox-Seite steht Komm mit nach Afrika, also da hat man sich wohl nicht richtig abgesprochen oder beziehungsweise der Praktikant hat falsch abgeschrieben, na egal. Es ist die allererste Komposition, Eigenkomposition von allen Künstlern, das ist so prinzipiell eigentlich eine coole Idee, auch mal hatte man ja kurz gezeigt, wie die sozusagen das erarbeitet haben. Und das fand ich cool sozusagen, wie dann auch der Deluxe seine Geräte ausgepackt hat und gleich mal eine Demo aufgenommen hat. Aber das Lied letztendlich, muss man sagen, ist strunzdumm. Also gehirnloser Text, mehr ist ihm nicht eingefallen als, wir sind ja so toll und in Afrika ist es toll und so weiter und so fort. Also wirklich inhaltsloses Blabla, also wenn das sozusagen die große kreative Leistung der Künstler ist, ist das ein totales Ultraarmutszeugnis. Auch musikalisch war das total, ja, belanglos, banal, also schrecklich. Und dann noch diese Autotune-Scheiße da drin, also da könnte mir eigentlich fast der Kragen platzen, wenn es mir nicht völlig scheißegal wäre, was für einen Abfall die da fabrizieren. Ich meine, das würde ja sowieso den Leuten nicht passen, was ich sage, weil sie es für genial halten, weil sie glauben sozusagen, das sei sozusagen genial gewesen. Also ernsthaft, das schreibe ich in zehn Minuten. Naja, jedenfalls ein passender Abschluss zu einer schlechten, ja, Staffel, schlechtes Lied, schlechtes Ende, schlechte Staffel. Von daher ist es denn irgendwie doch wieder gut, weil es passt.